Heute ist ein echt anstrengender Tag. Ich bin die ganze Zeit nonstop unterwegs, von einem Termin zum nächsten und es ist kalt. Das heißt immer Jacke aus, Jacke wieder anziehen, Mütze auf, Mütze ausziehen und ich renne und renne und renne allem hinterher. Naja, irgendwann ist der Tag auch vorbei.